in diesem kurzen video möchte ich dir gerne zeigen wie einfach es ist mit easy ads quadratische videos zum beispiel für facebook oder instagram zu erstellen vorab möchte ich dir aber kurz erläutern in ein zwei sätzen warum überhaupt quadratische videos ist einfach so dass die meisten nutzer heute mobil unterwegs sind mit ihrem smartphone zum beispiel und das smartphone wird meistens mit einer hand hochkant gehalten und hier machen sich einfach quadratische videos besser einfach mehr darstellen kann als mit einem 16 zu 9 video beispielsweise die wenigsten user halten unterwegs das smartphone im querformat zum anderen fällst du einfach mehr auf unter facebook zum beispiel dann wird so schnell rauf und runter gescrollt und das ist einfach ungewöhnlich wenn ein quadratisches video auftaucht oder wenn überhaupt ein video auftaucht mit ein paar effekten dabei mit musikuntermalung und dafür ist easy ads einfach prädestiniert und es geht hier einfach darum um die schnelligkeit einfach mal schnell ein video zu erstellen nicht stundenlang mit einer videobearbeitungssoftware rumzuarbeiten bis zu ein vorführbereit das resultat hast dafür also easy ads und ich zeig dir jetzt einfach wie schnell das geht als noch vorab easy ads hat eine englischsprachige oberfläche aber keine angst es sind wirklich die einfachsten begriffe und es so einfach zu bedienen du brauchst da weder eine bedienungsanleitung noch große einarbeitungszeit wenn du dich eingeloggt hast landest du hier und hier siehst du schon eine auswahl der verfügbaren templates auch wenn hier dann drunter steht hier gym workout oder docshop du kannst diese templates letztlich für alle möglichen sachen verwenden weil du die bilder ja einfach anpassen kannst deswegen nehme ich jetzt einfach hier mal dieses template und wähle mir das aus und jetzt kannst du das hier auch einfach abspielen du siehst schon die animation dahinter das sieht richtig cool aus und dann kannst du auf create video gehen und dann bekommst du hier die möglichkeit hier unten siehst du die fünf szenen dieses videos und jetzt kannst du die details anpassen hier kannst du dein bild wählen für diese erste szenen hier kannst du auch die szenen überspringen oder zu den einzelnen szenen springen ich wähle jetzt hier einfach mal ein bild entweder aus deiner bibliothek kannst du das hier wählen oder von pixabay oder unsplash ich nehme jetzt mal eins von unsplash es kommt jetzt wirklich nicht auf den inhalt an ich wähle jetzt einfach mal ein bild das kannst du jetzt noch hier zurecht schneiden ich wähle das jetzt einfach mal so wie es ist und jetzt erscheint das bild hier und jetzt kannst du hier die texte ändern zum beispiel jetzt starten das wird jetzt hier nur so drüber gelegt das sieht natürlich wenn das video fertig gerendert ist wie viel besser aus meine neue challenge beispielsweise dann gehen wir auf die zweite szene wählen wir ein anderes bild hier zum beispiel spielt jetzt wirklich keine rolle ich schneide das jetzt mal ein bisschen ausschnitt hier so crop image du siehst ob du jetzt da super englisch sprichst oder nicht das bild könnte jetzt wahrscheinlich etwas größer sein hier ist aber werden wir uns gleich mal anschauen also die englischen begriffe sind wirklich simpel hier auf next kommst du immer wieder zum nächsten die lasse ich jetzt einfach mal so stehen hier wähle ich aber jetzt noch eine andere schrift ein wunderschönes bild macht jetzt alles keinen großen sinn ist aber nicht wirklich schlimm hier oben siehst du auch noch mal die eigenen die einzelnen steps ich gehe jetzt einfach mit next weiter und jetzt kannst du noch dein brand dein logo hinterlegen hier noch ein text reinmachen 50 prozent sparen hier unten eine telefonnummer und hier kannst du jetzt dann noch mal wenn ich auf weiter gehe die farben definieren entweder kannst du hier eigene farben wählen also die komplette farbpalette oder aber hier farbkombinationen also es ist wirklich sehr einfach gehalten damit es einfach schnell geht mit next hast du jetzt noch die auswahl aus zig verschiedenen musikstücken die du wählen kannst du siehst da ist eine ganze menge hinterlegt das ist jetzt voreingestellt hier das lasse ich auch gehe auf next speicher das ganze erstmal und starte das rendering und dann geht er hier schon in den nächsten punkt projekte und da werden die gerenderten sachen gespeichert die kannst du dann natürlich runterladen oder noch mal anpassen die videos sind auch relativ klein also eignen sich gut zum posten ich halte das video jetzt hier mal kurz an bis das video fertig gerendert ist so das video ist jetzt fertig gerendert ich starte es einfach mal hier oben ist der text angepasst hier unten auch hier habe ich jetzt die bilder nicht mehr angepasst da wird das 50% sparen noch eingetragen also du siehst du kannst dir das von vorne bis hinten ändern und es sieht wirklich cool aus und jetzt kannst du es einfach downloaden und posten das war's und ich kann dir versprechen damit bist du wirklich in der minderheit und diesmal ist es gut wenn du in der minderheit bist weil du fällst einfach damit auf das ist ein professionell gestaltetes video im idealen mobilen format und es ist super schnell gemacht und du kannst so viele videos erstellen wie du lustig bist es kommen auch noch weitere vorlagen dazu ich wünsche dir viel spaß mit easy ads und ich freue mich auf deine ersten videos ich freue mich deine ersten videos bei facebook oder instagram zu sehen viel spaß mit easy ads alle das und ich wenn du sie ist die Vielen Dank.